ja hallo hier ist der tom aus aachen von turatec west und wir haben heute ein ganz spannendes thema für euch nämlich turatec suspension wie ihr alle wisst fertig turatec extrem hochwertige qualitativ perfekte fahrwerke für euer motorrad diese fahrwerke gibt es für eine vielzahl von modellen und der clou ist dass die exakt auf eure bedürfnisse sozusagen im grundsetting hergestellt werden um euch von den vorteilen dieser hochwertigen fahrwerke einmal überzeugen zu können haben wir aktuell unser vorführ fahrzeug eine bmw r 1250 gs mit einem plug and travel esa fahrwerk von turatec ausgestattet da laden wir euch gerne mal ein dieses fahrzeug bei uns mal probe zu fahren und für euch festzustellen wie viel mehr dieses fahrwerk gegenüber eurem regulären fahrwerk kann respektive gegenüber einem fahrwerk kann was vielleicht schon so ein bisschen was in die jahre gekommen ist kommt vorbei überzeugt euch wir sind sicher dass das ist etwas für euch